Ist Alchemie immer noch best für Low Level Farmen? Habe 5 Chars mit Level 61. Müsste auf jeden Fall immer noch gut gehen. Wenn du jetzt aber auf so einem Server spielst wie ich, zum Beispiel Emerald, dann würde ich auch auf jeden Fall Events mitnehmen. Da brauchst du nicht unbedingt immer Equipment. Auch Fish Puzzle Event gibt extrem viel Geld. Da kannst du dir auf jeden Fall sehr gut was dazu verdienen. Und selbst wenn du die Truhnen nicht verkaufst, kannst du am Ende des Tages sie auch machen. Kriegst da vielleicht eine Heldenmedaille raus, die dich extrem pusht. Oder ja, andere Sachen.